Industrie 4.0 ist die neue industrielle Revolution und bedeutet alleine in Deutschland ein Wertschöpfungspotenzial von über 200 Milliarden Euro. Die DKE ist das Kompetenzzentrum für elektrotechnische Normung in Deutschland. Schon heute arbeiten wir an den Grundlagen für die Industrie der Zukunft. Mit über 800 technischen Experten wurden und werden Normen und Standards aus den unterschiedlichsten Bereichen zur Unterstützung von Industrie 4.0 bearbeitet. Denn Industrie 4.0 braucht Vernetzung. In bewährten Prozessen entwickelte Normen und Standards sorgen dafür, dass die richtigen Informationen erfasst, systematisch eingeordnet und zielgerichtet weitergeleitet werden. Industrie 4.0 braucht Sicherheit. Qualitativ hochwertige Normen und Standards definieren klare Spielregeln für das Zusammenspiel von Mensch, Maschine, Datenströmen und Umwelt. Industrie 4.0 braucht Kommunikation. Im Konsens entwickelte Normen und Standards garantieren das reibungslose Zusammenspiel von verschiedensten Geräten, Industriepartnern und Branchen. Industrie 4.0 braucht Intelligenz. Von Experten erarbeitete Normen und Standards fördern smarte Lösungen, die sich flexibel einsetzen lassen und schon heute zukünftigen Fortschritt ermöglichen. Industrie 4.0 braucht Vertrauen. Allgemein anerkannte und international gültige Normen und Standards bieten die notwendige Investitionssicherheit für jeden einzelnen Innovator. Industrie 4.0 braucht Normen und Standards. Für technologischen Fortschritt, für wirtschaftlichen Erfolg, für Sicherheit für Mensch und Umwelt. Gestalten Sie gemeinsam mit uns die Zukunft der Industrie. DKE – Dialog, Kompetenz, Engagement. DKE – Dialog, Kompetenz,market – DKE – Dialog, Kompetenz, relvaat espji‑ DKE – Dialog, Kompetenz, cafATION czy� Scriptures Fern характер ist資stellig. Vielen Dank.